Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Timo und, sag ja, mit Freunden. Mit Freunden. So, gut. Ja, Aussprache müssen wir noch arbeiten. Und, ähm, ja, der Töpfchen ist mal ein bisschen übergelaufen, wie es aussieht. Und wir haben hier keinen Haushalt drin. Ich denke mal, wir haben so eine kleine Pleitewelle so jetzt hinter uns gebracht, wie man sieht. Es ist alles hier sehr spartanisch geworden. Ich musste so einige Sachen weghauen, damit wir auch einige Rechnungen begleichen konnten. So. Klar, haben wir gemacht. So, das ist ein Haufenbein. So. Die ist jetzt, äh, mit dem... Hier ist ja irgendwas. Nee. Oh, wir haben getränkt, wir haben immer einen Getränk, wir haben nur das Getränk. So, Energie. Das ist ein bisschen schwach. Ich bin nur hier an... Ja. Tatsache, nirgends, oder jetzt? Hm, Kopfschlopfen zu erzählen. Achso, okay. Äh, lustig. Kopfschlopfen zu erzählen, so danach. Okay. Hm. So, dann gibt's das so. Oh, wei, waa, waa. Aber gut, okay. Ich muss jetzt mal was spielen, okay? Ah. Siehst du, woher sieht alles gut aus. Alle Werte sind grün. Energie ist ein bisschen schwach. Wir sollten mal ein bisschen schlafen schicken. So. So. Alles klar. Oh, jetzt schrieb ich. Ich konnte wieder nicht glücklich finden. Wenn das schräge mit der schrägste Humor und krasse Spaß Westernbild statt, Klicke auf Heine, die neuen Schüler in der Stadtrunde. Also, die Erfahrung des Festivales in die Voranzeigen. Schön für euch. Ich habe jetzt keine Lust für das Festival. Das ist unser System, Timo, nicht? Du willst schlafen. So. Schleifgeräusche. Herrlich. Lass mich kurz Tür zuhören. Dann mach ich nämlich erst die Tür auf, um die Störung zu vermeiden. Und ich muss mir was zu trinken. Ich lass ihn einfach mal laufen. Ich brauche die beiden einfach heimlich. Sei leise, weil sie merken die beiden, dass sie probate werden. So, ups. So. Genau, so. Leise. Michi Oba. Risha, Barisha. Gorbelin. Gorbelin. Enzinuk. Kasana. Oh, oh. Harden of Zand. Eh? Tevinay. Oshquin. Bikoya. Gradobstanzo. Leerb. Die. Gabal. Geil. Oh. 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 Oh, die haben sich davon geschlichen. Ah, er schläft doch schon. Okay, wo ist er? Hm, statt zu rumsüchtigen, könnte er ja mit dem Schmutz ein bisschen wegmachen. Aber das macht er nicht. Er bleibt da einfach stehen und hält Wache. Alles klar, beschleunigen wir mal ein bisschen. Das ist für uns ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich wird er wieder ein paar fahren lassen. Ah, sie ist zurück. Okay. Ah, Moment. Dann kann sie, was auf sie ist, auch total fertig, zwar. Aber überhaupt kein Spaß. Guck machen. Über Karriere lügen? Nein. Zu falschen Party an? Nein. Handschocker reinlegen. Ein bisschen nachhinein füllen. Erschrecken. Nee, das ist ja blöd. Romantik? Nein. Freundlich. Lustiges. Insiderwitze? Witze. Über alte Zeiten machen. Witze. Das hat sie. Polizistenwitze machen. Das ist immer lustig. So. Herzlichen mal Prüß. Und dann, äh, danach, ähm, Trinkige, nein, Freundlich wegschicken. Dann ist es fertig, ne? So. Ach, die hat schlechte Laune. Die schlechte Laune. Oh, die schlechte. Blah, 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 blah. Das war ein kurzer Witz. So. So. Und dann gehen wir zum S. Hier möchte er vorbeikommen und abhängen. Ist das noch okay? Wie sehen ihre Werte aus? Mühe ist sie ja nicht. Okay, das könnte vielleicht helfen. Ah. So. Sie spielt ein bisschen. Okay. Er ist wahrscheinlich gleich da. Der andere geht. Und er kommt. Okay. Oh, klopf, klopf. Da klopft jemand. Ah, sie geht allein in die Tür? Klappt das? Oh, hatte ich schlechte Laune. Nein, die geht nur mal nicht. Ich bin schon so. Freundlich. So. Äh, wenn sie einzuziehen. Einzuziehen, nein. Äh, was ist denn? Kein Lenz auch. Er ist weg. Schon wieder gegangen. Ich hoffe, ist er da. Super. Hab ich ihn erst weggeschickt? So, ist er geweint? Weswegen hat er jetzt geweint? Hm. Energie, der hat doch gar nicht ausgeschlafen. Warum ist er wach? Geschlafen. Schlafen will er ja nicht. Warum? Geschichtenzeit. Okay, Geschichtenzeit. Joa, er ist doch gar nicht da. Hm. Dann wollen wir. Ach, er ist doch da. So. Ah, ja. Warum? Albtraum gehabt. Ach so, wegen Albtraum. Timur hatte eigentlich im Albtraum. Ein bisschen Trost sollte reichen. Ach so, sonst kümmern sie sich aber drum. Ja. Das ist also okay, siehst du wohl. Die erzählen Geschichten. Oh nein. Was machen die alle hier Kasper graben gerade? Ah. So. Er putzt. Okay. Jetzt hier eine Geschichte. Er schläft ja schon. Nein, er schläft ja schon. Okay. Alles klar. Ich träume von eingenessenen Unterhosen. Na super. Toller Traum. Ich hoffe, ich habe den Aufnahmeknopf geschaltet. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich die Aufnahme jetzt gestartet habe. Das rede ich mit mir selber. Das hat überhaupt keine Wirkung. Doch, ich habe die Aufnahme gedrückt. Bin mir fast sicher. So. Jetzt sind sie alle hier. Warum? So. Siehst du, sie ist immer noch angepisst? Sie braucht ein Bad. Nimmt sie ein Bad? Nein. Ich gehe mal duschen, baden. Und so. Das hilft, dass gut. So, die unterhalten sich hier. Na, die haben ja beste Unterhaltung. Dann beschleigen wir mal. Dann sollte hier noch was essen. Ah ja, auf Räumen. Aufräumen. Ja. Hm, wir müssen aufräumen. Dann nehmen wir mal. Da platzieren. Da hat er ein Paket stecken. Nein, kriege ich den. Zau. Achso, weil er da weh steht. Das ist weg. Ah. Zack, wo scheinen wir? Blub. Warum? Warum? Du bist hier so bedrohlich? Oh, Vergnügen. er geht lustiges über alle zeiten macht so schreiben wir hilft das leben bisschen spaß das macht spaß machen wir ein paar witze sachen wir zuwitze das ist die geschichte erzählen lustig dass sie jetzt zu schneiden das hilft auch mann backen spruch frau singen ist sie hat uns einfach dahingestellt warum gablenus was 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 war Freundlich. Ja, freundlich. So, freundlich. Manche Geschichten erzählen. Das ist ja auch müde, ne? Blablabla, okay. Sie geht schlafen. Nein, sie geht am Computer. Muss sie arbeiten? Was hat sie vor? Was hat sie vor? Was will sie? In Foren provozieren. Das ist super. Aufgrund ihrer neuen Schelmfähigkeit kann Sandra jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen und wie andere schämische Interaktionen ausführen. Mit höherem Fähigkeitenlevel werden neue schämische Interaktionen freigeschaltet. Naja, auch schön. So, aber wann wächst... Dann bist du doch so langsam. Aber wann ist das soweit? Oder muss ich einen Geburtstag initiieren? Weiß ich nicht. Da muss ich auf Toilette. Ich muss leider auch in den Dreh in den Klo gehen. Ekelhaft. 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 Komm, bleibst du deinem Grün. Hallo. Na super. reparieren mal schnell ins grüne bringen das ist schon ziemlich aber aber jetzt noch mal schnell sie geht schlafen jetzt wir gehen wieder auf timo ist jetzt so war auf toilette ich habe gar nicht gesehen dass er auf toilette war Hilfe was haben wir jetzt? Hunger haben wir. Okay, mal essen bitten, trinke bitten, trinke bitten Reißen bitten. Ja, machen wir das mal. Hunger, Hunger. Schon genervt. So, was mit essen? 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 So, klappt was. Er wollte nicht nur den Stuhl, sondern er wollte was essen. Ähm, es klappt wieder nicht hier wegen den Becherhütten. So, er ist nicht zu glauben. So, jetzt. Hilfe um Essen bitten, bitte. Jetzt läuft er weg. Ich bin mir bekloppt. Ich putze da. Das tut gut aus. Geht's dir nicht schlafen? Geht's dir nicht schlafen? schlafen dort ist das am boden sie geht sie nicht schlafen ich weiß ich kann sie noch lächeln ok so timo hat immer noch hunger Ja, ist ja auch noch. Okay. Jam, jam. Romantik, mal sehen. Er macht Spruch. Romantik. Geflirten. Romantik. Okay, gestehen, sich angezogen zu füllen. Ich glaube, der Schwul. Ich glaube, ich habe mir Fragen gestellt. Nein? Oh. Das klappt nicht. Na gut, hat nicht geklappt. Na gut. Dann, ähm... Dann hau ab. So, tschüss. Und sie ist immer noch müde, sie soll schlafen. So. Schlafen. Er ist noch okay. Ja, holen wir. Okay, da sitzt er da am Boden und lässt er was auch mal die Nudeln aus der Nudeln. So, wir kriegen ihn irgendwie nicht an der nächsten Stufe. Wie soll das gehen? Wohl. Hm, das geht ja hier raus. Wo will er hin? Wo will er hin? Okay. Timo, was hast du vor? Wo gehst du hin? So. Das macht Spaß anscheinend. So. Muss sie was machen, muss sie was machen, um ihn dann in diese Stufe zu bringen? Ja, ein kleines Kind. Vorlesen. Kinderbetreuung. Aktion. Erziehung. Beibringen. Bitte Danke zu sagen. Beibringen. Sorry, gut zu sagen. So. Hat sie irgendwie wieder abgestellt. Okay. Hat gut geschlappt. Alles klar. Gut, das wird nicht, sie geht schlafen. Hm. Also irgendwie geht das nicht weiter jetzt so richtig. Ja, gut, der macht Chaos, natürlich. Ich sag da jetzt nichts zu. Aber ich mach jetzt eine Pause. Äh, irgendwie geht es nicht weiter. Ich hab gedacht, das wäre jetzt so die Folge, wo wir eben halt in die nächste Stufe kämen. Aber irgendwie haut das nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Er steigt nicht in die nächste Stufe. Aber ich muss ja irgendwas drücken, um das auszulösen. Ich kann ja nichts drücken. Ja, nein. Stammbaum. Okay. Das ist nichts. Äh, Statistik. Hm. Das ist aber nichts. Muss ich irgendwas noch erfüllen? Na. Ekel. Der ist schon wieder geblüht. Okay. Ja, dann mach ich jetzt an dieser Stelle wieder eine Pause. Und, ähm, wir sehen uns dann, ähm, ja. Haben keinen Telefon. Danke, da haben keinen Telefon. Ähm, das, das sehe ich auch. Ähm, ist auch gut so. Oh, er ist mich nämlich selber müde. Und, ähm, ja. Also habt ihr wohl. Und schauen wir mal in der nächsten Folge, ist er wieder schon soweit? Oder wird es dann so werden? Keine Ahnung. Ich bin jetzt mal raus. Ciao. Okay, tschüss. Und auch mit besten Grüßen von Timo, denke ich mal. Auch wenn er jetzt gerade beschäftigt ist. Alles klar. Sie schläft. Sandra schläft. Und wie heißt er eigentlich nochmal? Wie heißt er? Hakim. 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 Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Okay. Naja, egal. Also habt ihr vor. Bis demnächst. Bis demnächst.